Sieht alles flüssig bei dir aus. Bin ich ja froh. Stay fit. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt, Mareike Spalek und Fernanda Brandau. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. Ich bin Mareike Spalek und habe Mo jetzt an meiner Seite. Und wir zwei machen jetzt gleich drei schöne Mobilitäts- und Beweglichkeitsübungen, um auch ein bisschen Kräftigung reinzukriegen. Also das volle Spektrum. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns loslegen. Mo würde gerne so beginnen. Wir müssen uns mental auf dieses Workout vorbereiten. Dann können wir ja jetzt starten. Bist du bereit? Ja. Okay. Die erste Übung ist Push-Up to Child Pose. Liegeschütze hast du wahrscheinlich richtig drauf, ne? Auf jeden Fall. Hände unterhalb vom Schultergürtel, die Beine sind ausgestreckt. Wir machen ein Push-Up. Brust berührt den Boden. Gehen wieder hoch, Knie auf den Boden, runter in die Child Pose. Das ist schön, ne? Das ist angenehm. Sehr angenehm. Okay. Zweiter Durchgang, wieder nach vorne. Beine durchdrücken. Ich habe schon gedacht, du wolltest nämlich auf den Knien weitermachen. Und wieder runter. Natürlich, alle Beginner dürfen auf den Knien. Auch immer schön atmen. Ja, schön atmen. Genau. Die Beginner dürfen auf den Knien das Ganze auch machen. Wichtig ist dabei, dass man den vollen Bewegungsradius macht. Wir wollen ja keine halben Sachen. Kommt, zwei noch. Macht ihr das im Training auch so? Ja, ab und zu. Okay. Ich merke schon, du kommst schon voll in Fahrt. So, das war die erste Übung. Die zweite Übung machen wir die Plank. Ja? Hast du auch drauf die Plank? Ja. Wie lange hältst du so aus? Ähm, so ab und zu so, wie gesagt, 10, 15. Also, es geht hier nicht darum, wer weiß, wie lange das Ganze fortzuführen, sondern es geht darum, dich in kurzer Zeit maximal zu belasten. Also, Ellenbogen aufstellen, Körper breit. Wir können auch von unten anfangen. Also, wo du anfängst, ist eigentlich egal. Beine durchdrücken, Bauch und Po auf Spannung, Brust ist stolz und dann maximale Spannung in Bauch und Po und halten. Und atmen nicht vergessen. Und wie lange machen wir das jetzt? Äh, 10 Sekunden. Okay, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3. Anspannen. Zwei, eins, lösen. Sehr gut. Du kannst natürlich selber individuell gestalten, wie du das machst, wie lange du das machst, ob du es wiederholst, einfach zwischendurch vielleicht nur die Knie absetzen, um kurz den Körper zu entlasten und wieder einzusteigen. Feel free, einfach machen. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für dich. Bin ich mal gespannt. Arme kreisen. Das sieht alles flüssig bei dir aus. Bin ich ja froh. Also mit dem Reden meine ich. Ja, danke. Ganz schön frech wird er hier, der Mo. Ich glaube, ich muss mir doch eine andere Übung ausdenken, die jetzt gleich kommt. Aber vorher noch sagen, wir machen ganz easy. Ja, ja, ja. So, ich wollte Arme kreisen mit dir machen, also nur um den Schultergürtel ein bisschen zu mobilisieren. Das ist jetzt eigentlich viel zu easy für ihn. Er hat eigentlich was ganz anderes verdient. Aber okay. Der Rumpf ist stabil. Bauch ist auf Spannung, Po ist auf Spannung. Und dann mobilisieren wir nur die Schultern. Arme kreisen. Man kann auch mit den Armen ganz lang. Und dann will ich dich eng an den Ohren entlang. Und atme nicht vergessen. Bauch auf Spannung. Ach, das wollte ich gerade sagen. Noch drei, zwei, einer noch. Und weil es so schön war, andersrum. Kommt. Mhm. Zack. Wieder eng. Große Kreise. Ich glaube, das macht doch jeder Fußballer, oder? Arme kreisen so zum Aufwärmen. Das stimmt. Die machen das alle rückwärts. Okay, drei, zwei, eins. Check. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß beim Nachmachen. Das waren jetzt die drei Übungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Obwohl Mo eigentlich was anderes verdient hätte. Weil er doch lieber härter rangenommen werden wäre. Auf jeden Fall. Ja, aber für euch ist es super. Zum Starten perfekt. Wenn ihr Fragen habt oder Tipps wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Weil wir helfen gerne. Ansonsten danke ich dir jetzt recht herzlich fürs Mitmachen. Hast du sehr gut gemacht. Wünsche dir eine schöne Saison. Dankeschön. Freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Mir nämlich auch. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. Stay fit. Deutschlands erfolgreichste Fitnesscoaches machen dich fit. guhabe. Musik be vai consortium.